Hallo, hier ist Ronja und wir spielen heute Minecraft Wolf als kleine Menschen, weil Tops ist irgendwas schiefgegangen als kleiner Mensch. Ich bin der Größte. Und man weiß nicht genau, was da passiert ist. Aber hey! Hi! Oh, oh, und Julian, ich seh grad, Julian hat auch, äh... Julian hat den Beintag nicht überschwungen. Er hat noch seine Beine. Oh, yo! Was ja auch schön ist. Ich hab schon vier Emeralds gefunden und ihr soll? Flo, keep me! Oh, ist Flo der Wolf? Nein, ich schlage aber random Leute im Bart auf Direktion. Heiß. Ich find's schön, dass wir alle strategisch an Minecraft Wolf machen mittlerweile. Und es kann, kein, keine Ahnung, 20 Minuten fest von wie killen random Leute ist. Das erfüllt mich. Ja, das erfüllt mich. Es macht mich froh. Jaja, wenn du dir die Kiste nennst, ist es so. Oh. Hey. Schmeiß, schmeiß. Das ist natürlich nicht schön. Ey, Ronja, bist du jetzt im Stimmbuch? Ich bin jetzt im Stimmbuch. Es ist soweit. Meine Eltern haben lange drauf gewartet. Ich hab' ihn heute Morgen endlich schreiben können. Hab' gesagt, es passiert. Ja, ich bewegt da unten. Flo ist definitiv Wolf. Ja. Flo ist sowas von Wolf. Warte mal hinterher. Ja. Du bist mit einer geile Puppe. Alter, die Kisten der Runde sind einfach alle leer. Wow. Warte, Julian war Wolf? Okay. Klassiker. Nein, die starten. Jürgen ist gecrashed. Ist Jürgen gecrashed? Egal. Drei Runde. Egal. Drei Runde. Ich geh'n's testen. Jürgen, schau'n noch drauf. Warte, bei drei Runden weiß man aber, dass einer von uns Wolf ist, oder? Oder? Ja, ja. Warum sind alle Kisten leer? Was ist denn das? Ich hab' irgendeinen Bug. Bei mir sind einfach alle Kisten leer. Nö. Vielleicht hat die aber schon jemand gelootet. Nein, die sind aber... Die zeigen ja an, ob die offen waren oder nicht. Nee, nee. Das ist auch trotzdem ein Bug. Ah. Okay. Schade. 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 Habt ihr euch schon mal das Wolf gewonnen? Ich hab' schon mal das Wolf gewonnen. Und du? Glaub' ich auch. Topst du gewonnen? Ich glaub, topst du nicht. Ja, schon öfter. Ey, wie wär's eigentlich, wenn wir den Wolf töten? Okay, hä? Wenn's nen Wolf gibt, ne? Ja. Ein Viertel Chance, dass es keinen gibt. Ja, schade. Ein Viertel ist relativ hoch, wenn man ehrlich drüber nachdenkt. Ja. Ist mir gerade nur so aufgefallen. Also, eigentlich müssen wir ja nicht alle töten immer. Also, ich bin ein Schäfchen. Was seid ihr? Hä, was ist denn, wenn Schaf und Wolf sie immer anfreunden? Okay. Meinst du, sowas kann passieren? Meinst du, dann schreibt der Wolf dem Schaf kurz in der WM und dann, äh... Ja. Und dann kann man kooperieren gegen einen dritten Mitspieler? Äh, vielleicht? Okay. Okay. Nein. Er töttet mich jetzt nicht. Wieso weiß ich das? Wieso... Wieso... Ich... Ich... Ich weiß schon einfach, wie die... Nein, ich hab... Ich hab an der Person schnell geschrieben, ich bin scharf. Ja. Ist wirklich so. Ist keine Lüge. Ich hab Flo nur kurz geantwortet. Ich bin auch scharf, aber nicht das Tier. Hä? Seht ihr? Weil... Okay. Scharf... Wie... Schärf und so, weißt du? So scharf aussehen und so. Das ist sehr verrückt. Ja, hä? Hast du einfach... Hast du das dann so gerade gesagt jetzt? Ja, hab ich das dir gesagt. Richtig witzig. Ja, stimmt. Ich bin noch VW Golf. Nein! Das ist sehr verrückt. Ja, ne? Crazy. Ich hab... Zwei Leder wohl. Und wie ist das so für dich gewesen? So als VW Golf? Ja, ich bin immer noch einer. Okay. Und ich... Und ich muss sagen, ich seh echt super aus. Ich glaub... Ey, Tops! Und in welchem Gang bist du grad? Hm? In welchem Gang bist du grad? Äh, im 19. Oh, warte. Warum ist hier ne Blockade? Ey! Flo! Flo hat mich eingebaut! Hey, du bist ruhig zu klein. Komm doch noch drüber. Ich komm nicht drüber. Au! Du verdient. Aber keine Sorge, ich töte dich nie. Oh, Julian! Oh, Julian ist wieder da. Freunde, komm her! Wo bist'n du? Worum lebe ich noch? Ich lebe noch. Und hab alle hatten vor... Vorher Gruppe. Ist hier was schönes? Kann man hier was luten? Freundlich, freundlich. Bist du... Warte. Warum ist hier ein Crafting Table für so'n rotes Schwert? Kann man das nehmen? Oh nein! Äh, was denn? Bist du reingefallen? Ja, in das nebenan. Ach, nicht schlimm. Wie oft passiert dir das eigentlich? Jürgen! Treff mich an Jürgen! Oh nein, ich bin runtergefallen. Ich hab's verhauen. Ey, guck mal in die Luft! Guck mal in die Luft! Wo denn? Wo war er? Ja? Das sind die Enderperlen des Todes. Ich hab's überlebt! Wie? Es ist meine... Es ist Julian! Ich bin nichts! Ah, Julian! Ist es Julian? Ah ne, Julian hat doch die Wolf-Items von vorhergerunden. Nicht, nicht, nicht! Julian! Julian, nein! Julian nicht! Julian! Ich schieße jetzt auf Julian! Ich schieße jetzt auf Julian! Ah, ah! Ich schieße jetzt auf Julian! Es ist los! Ich bin's nicht! Es ist los! Ich bin's nicht! Das bin ich nicht! Loll, ich hab ne neue Sequel-Test gefunden! Ne, Rondja ist so unfähig, euch zu treffen! Warte, was? Der Wolf-Bachron, ja und Julian! Oha! Weil du geliebt bist, Julian! Ja, Träumchen! Ich bin richtig Rondolf! Sei schreckhaft und schreie laut! Und jetzt machen wir echt! Geht gerade nicht! Achso, in der Virtual-Dealer ging's! Nee! 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 Ihr habt ihr mich geärgert! Okay, dann wurde ich provoziert! Hey! Wenn ihr mich provoziert, dann schreie ich auch! Das ist los! Ich hab ein Iron Golem-Pet gefunden! Wo ist es los? Ich hab's auswesend aktiviert, das wollte ich nicht! Ich hab einen Bogen gefunden! Und eine Ender-Perle! Und einen Helm! Aber kein Schwert! Wie schade! Wie lange behält man die X3-Hatzen vom Iron-Golden-Pet? Ich weiß nicht, irgendwie zu 20 Sekunden oder so! Das ist aber wenig! Das bin ich nicht froh! Es ist entweder top oder froh! Ich find's nämlich nicht! Achso, tops oder froh? Ja! Dann gehen wir einfach beide, oder? Gewinnen wir ja! Oh, weil's tops ist! Du sagst, du killen tops? Ich find nur Ender-Perle! Was soll denn der Mist hier? Ist ja auch nicht mehr feierlich, ne? So! Äh, wo seid ihr denn? Wo haltet ihr euch auf? Gebt mal euren Standort durch! Einer von beiden ist tot! Ehrlich? Ja! Okay, ich hab keine Waffe! Ich kann euch helfen! Nach immer Todes ist ich wiederbelebnis! Äh, okay, das hat nicht funktioniert! Oh! Ist einer gecrashed vielleicht? Ne! Äh, ja, also... Kann's sein, dass du der Wolf bist? Du hast einfach beide getötet! Topsis, 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 Topsis! Ding! Ding! Ich bin Wolf! Ne, ich bin scharf! Ich bin auch Wolf! Ich bin scharf! Ich bin scharf! Ich wollte jetzt wieder Wolf sein! Ich wollte jetzt nochmal Ronina töten! Okay! Wisst ihr warum ihr eigentlich keine Kisten findet? Oder nur leere? Weil ihr immer zu denselben geht! Ich geh zu denen, die exquisit angeordnet sind! Oh, okay, wo sind denn deine? Warte, komm, ich zeig dir was... Was ist das? Oder irgendwas? Was ist das? Wo ist Ronja? Unten! Keine Beschreibung kurz! Komm mal hoch! Ich muss unten erst fertig looten! 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 Ab 18 Rubies! Und Tobias hat... Keine Le... Mh... Le... Warte... 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 Warte, ich komm jetzt hoch! Wo bist du noch? Wo bist du noch? Loll! Julian, das ist aber nicht schwer! Das darf man noch mal nicht machen! Das ist ein illegaler Geheimgang, Julian! Wo ist dein Aufenthaltsort? Oh, oben! 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 Okay, aber der ist richtig schwer, also den lass ich mal! Ja, ganz oben! Okay, ich komme nach ganz oben! Der ist so schwer! Okay, den kannst du glaube ich lassen! Den kriegt Ronja nicht hin, ne? Oh nein! Das sind nur... Das sind Zornsprünge! Das ist richtig schwer! Oh nein! Ja, dann... Vergiss das! Wo bist du Ronja? Ich bin auf dem Weg nach... Okay, ich bin ja auf dem Weg nach oben! Echt? Ja! Es ist... Sobs, komm her! Komm es doch! Ich loote nur zwischendurch! Fleißig! Ich hab eine Sammlung an Loot! Du wirst was da oben ist! Ich habe vieles! Wirklich viel! Ich bin jetzt oben, gell? Ich jetzt Wolfe, ich bin jetzt oben! So was? Oh weia, was ist denn das? Äh... Bring mal! Wo bist du, wo bist du Ronja? Hm, bei dem Zaun Ding! Achso, ja! Wenn du das hier schaffst, dann... Ronja, ich zeig den Geheimgang, okay? Okay, ich komm mit! Nimm das! Okay, ich nehme mir das! Und wirf die Faszenk recht nach oben, aber so ganz leicht, sodass du... Ist da rein? Vor allem? Ja, in das Rohr! Kriegst du den? Ich komm mit Ronja in der Böre! Okay, ich bin drin! Oh, sweet! Bist du drin? Ja, ich bin drin! Nice! Ich hab zwei... So, hör auf mich dann zu greifen! Äh... Und jetzt? Bin ich halt hier drin, ne? Tops! Ey, warum greifst du mich denn an? Hör auf! Hör auf! Flo, was ist denn? Okay, Freunde in der Nacht, ich kaufe mir jetzt was Schönes, okay? Ich kaufe mir jetzt... Oh mein Gott! Ich hab so viele Alte! Erst... Ein Geschenk... Das klappt leider nicht! Ein Wolfssuche... Oh... Oh nein, ich wurde gehauen! Was ist das? Ich bin der aggressive Tobias! Komm, geh testen! Oh mein Gott! Ich geh testen! Oder du gehst testen! Aggressiver Tobias! Da Tops stehen übereinander! Okay! Flo ist es nicht! Was? Wie du siehst, will ich es auch nicht! Wie du siehst, will ich es auch nicht! Jürgen! 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 Klingt geil aus! Ja! Ach echt! Aber der Tops ist doch viel kleiner! So! Ich würde sagen... Wir brauchen echt neue Mitspieler! Wir brauchen echt neue Mitspieler! Es ist ein Tauerspieler! Wo ist denn Jürgen? Jürgen! 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 Ich laufe die ganze Zeit auf der mittleren Etage rum! Also... Ja, aber ich bin auch auf der mittleren Etage, aber da ist keiner! Jürgen! Was seid ihr? Hey! Du erzählst doch Stoß! Wo bist du? Ich bin vorne! Jürgen! Jürgen! Auf der mittleren Etage ist keiner! Du musst aufpassen, Jürgen ist das Jürgen! Ich seh euch nicht! Doch! Flo und ich sind es nicht! Ja, wir wollen testen! Jürgen hat mich angegriffen! Ich konnte ja nicht testen gehen, weil... Jürgen mich die ganze Zeit gejagt hat! Es gibt... Es gibt eine Wolf-Only-Falle! Da könnt ihr testen auch, wenn ihr nicht zum Tester gehen wollt! Das ist vorne, glaube ich! Bei dem... Da ist so ein Knopf rechts! So! Könnt ihr mir irgendwie mal sagen, wo ihr seid? Beziehungsweise vor allem, wo Jürgen ist! Ich bin... keine Ahnung, wo er jetzt ist! Oh, das ist nicht gut! Halt den Abstand! Ich versteck mich jetzt nicht! Wie sollen wir den Abstand halten, wenn wir nicht wissen, wo ich es ist? Wo ist ja, ich bin! Wo bist du drüß? Boah! 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 Okay! Also! Ich kaufe mir jetzt ein Weapon-Case! Und... Ja! Dann töte ich Julian! Boah! Und dann haben wir gewonnen! Ich habe ein Headblade gezogen! Meine Stimme gibt immer und immer mehr den Geist auf! Das ist schön! Ich kaufe mir ein Geschenk! Es klappt nicht! Schade! Ich kann... Ich kann jetzt einfach Tops! Ich gehe jetzt einfach Tops! Wieso? Wo bist'n du? Tops, wenn du willst, wenn du das wieder klagen, dann mach' die Wolf Falle! Was ist denn die Wolf Falle? Wenn du hoch gehst in der Mitte, ganz vorne ist so ein Knopf, wenn du den drückst, dann aktivieren wir vorne. Dann kann du den Wolf aktivieren. Wo denn? Den Keller des Autos von mir. Jürn ist bei mir. Jürn, halt Abstand bitte. Warte, wo bist du? Dann zeigst du dir. Ich bin im Schiff vorne. Bei den Sonnenschirmen. Nicht auf der Testerseite, sondern auf der anderen Seite. Ganz, ganz vorne. Jürn hör auf! Nee, auf der Vorderseite muss ich sagen. Also, okay, ich geh rum. Warte. Warte. Noch vier Minuten. Jürn. 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 Ich bin da. Er kommt die ganze Zeit zu dem Dingensens. Er kommt die ganze Zeit zu mir und schlägt mich zurück in den Raum rein. Ich gehst. Nein, 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 das bin ich. Bist du eigentlich eine Ara-Genustung? Nein. Guck hier, drück mal da drauf. Okay, du bist es nicht. Das weißt du doch, ich werde doch testen. Ja, nur, guck mal hier. Wenn einer von der anderen drückt, dann ist es locker. Jetzt tobst du wahrscheinlich. Äh. Jürn, 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 Jürn. Drück drauf, drück drauf. Drück drauf. Hä? Wo ist denn? Hä? Ich war in der Luft gebackt. Ciao! Ja, okay, das war ein bisschen OP mit den Dingenensens. Wenn ich ja jetzt fetzt. Ja, das war... Ich hätte gedacht... Heya. Der Klassiker. Tobias, du bist ein Clown. Ja, aber ich habe alle getötet als 12, also... Tobias hat die rote Nase in real life und bunte Haare. Mhm. Aber apropos bunte Haare, Flo. Nein. Doch. Es wäre so witzig. Ja, wenn du es machst, mache ich es auch. Okay, mir ist es egal. Ich habe da schon mal bunte Haare. Ich habe da keine Hemmschwelle vor. Okay, dann mache ich es nicht. Äh, doch. Äh, doch, ich habe es auf Aufnahme. Du hast gesagt, wenn ich es mache, machst du es auch. Ja. Das haben wir als auch Zeugen. Genau, Tobias war dabei. Tobias hat es gehört. Ihr habt es auch alle gehört. Also, ich wäre halt auch dafür. Es wäre doch so witzig. Überleg mal, Flo. Genau, überleg mal, Flo. Vielleicht mache ich es wirklich. Welche Farbe hättest du gern? Keine Ahnung. Hier sind alle Farben. Ey, Tobias. Hier hast du ein Schwert. Ich habe schon ein Schwert. Blond würdest du gerne ein bisschen witzig aussehen, glaube ich. Soll ich dir blond machen? Blond kannst du ja machen, weil du selber mit Jochen das. Ja, ich kann das sowieso. So, ich kann alle Farben machen. Glaubst du, es sieht gut aus mit blond? Wenn es ein paar Leute gibt von euch, die zuschauen. Oh Gott, bitte nicht. Photoshop mal mich, wie ich blond aussehe. Ich will das mal sehen, wie es aussieht. Das mache ich dir in 5 Minuten. Tops Unsicht, bei Tops Unsicht fangen geht mich. Ich gehe dich nicht. Ich habe nur geschlagen. Alles klar, Tops. Es ist der Golf. Es ist der Golf. Jetzt werde ich dir Photoshop nach der Folge. Mach doch. Ja, mache ich. Weißt du, ohne Mist, es wäre so witzig. Können wir nicht einfach mal sagen. Wir machen das. Ich mache jetzt Wolfssucher. Es ist Jürgen oder Karaslo 44. Es ist Tops. Es ist wirklich Tops. Es ist Jürgen oder Flo. Steht bei meinem Wolfssucher. Okay, dann traust du mir, Ronja. Ich traue dir. Wow, das ist endlich mal ein Fortschritt. Wenigstens traut mir mal jemand. Ich traue dir. Und ich finde es auch gut, dass du mir zustimmst, wenn ich sage, wir sollten Flo die Haare bunt fällen. Es wäre so witzig. Wir machen das einfach auf der Gamescom oder so. Guck mal. Willst du vielleicht grün, dann passt es vielleicht besser zu deinen Outfits. Oder vielleicht blau. Oder rot. Oder Leder. Einfach für das T-Shirt, was er dann anhat in dem Tag, oder? Ich meine, es gibt da diese Instant Färber oder so. Gibt es da nicht irgendwie so? Ja, ich meine, es geht auch richtig schnell. Ich muss nur vorher einmal blondieren und danach kann ich mit egal welcher Farbe drüber. Damit die schön knallig wird. Deswegen muss man die Haare vorher sowieso blondieren. Okay, also Flo. Hast du schon mal gehört? Wir machen Pläne ohne dich. Über dich. Mit dir. Das finde ich schön. Flo, kein Ding. Das mache ich gerne. Wenn du irgendwo schläfst oder so. Schleiche ich mich rein. Wenn du das machst, dann schleiche ich dir die Haare, wenn du schläfst. Ja, das hast du mir schon mal angedroht. Das machst du eh nicht. Ich bin jetzt dann... Mach's nur, wenn du mir auch ans Haarrand drohst. Ich mag das Ding. Ich drohe dir. Stell dir mal vor, du wachst auf, ja. Denkst dir nichts Böses. Guckst dir... Deine Haare riechen dann gut, weißt du. Das ist honestly ein angenehmer Geruch. Dann guckst du morgens in den Spiegel, während du dir die Zähne putzt. Und dann sind sie einfach blau. Vielleicht siehst du es am Anfang nicht, weil es so ein dunkleres blau ist. Und du siehst es vom Farbunterschied, vom Licht her nicht. Aber dann machst du das Licht an. Und dann kommt der Schock. Das ist Julian. Es ist Julian. Es ist Julian. Wir können ihn nicht mehr wiederbeleben. Oh nein. Vonja, sag mir deinen Standort mit Slashtail. Mein Standort ist geheim. Oh, da tippt aber jemand. Wer ist denn das wohl? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Julian, oder? Oh, Julian ist bei Marie. Julian schießt auf mich. Nein, das darf er nicht. Aber er macht's. Er hat irgendeine OP-Waffe. Keine Angst, dein Held ist da. Wahnsinn, mein Held, der Grafikfehler? Wo ist Julian denn? Ich weiß nicht, er schießt. Ok, Ronja, folg mir. Ich folg dir. Kleiner Wusel, Mann. Wir kriegen das hin, ok? Ok, wo ist Julian hin? Julian ist weg. Julian ist weg. Ein kleiner Hacker. Ok, ich suche weiter. Da drin, Ronja. Ist er da drin? Ich. Ich weiß, aber Julian ist ja nicht dran. Kommst du mir, kommst du mir. Ich bin doch bei dir. Hier, rein. oben. Ah! Ah! Jetzt regnet's. Wer ist gestorben? Bist du tot, Ronja? Ja, das heißt vorher. Wieso regnet's? Was hast du? Die Macht der verwarkten Rüstung. Wo bist du? Du bist wieder da. Oh! Oh! Ja! Okay, warte. Komm her, okay, okay. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Okay, ja. Ich find's schön. Ich find's schön. Wo hast du denn den ganzen Kram her? Warst du beim Schwarzmarkt-Händler? Warst du beim Schwarzmarkt-Händler? Warst du nicht beim Schwarzmarkt-Händler? Mensch, dass der mal wieder auftaucht. Ich bin nicht beim Schwarzmarkt-Händler. Ich bin nicht beim Schwarzmarkt-Händler. Dum, dum, dum. Plot Twist. Das Phantasie ist schwer. Weißt du, eigentlich hat Wolf eine Story. Okay. Ja, ne Tipe. Du solltest ein Buch schreiben über Wolf. Ja. Würde ich auch sagen. Warte. Julian, ich treff dich nicht. Wow! Ich hab meine Arrow-Gun. Mach ihn nieder! I'm trying. Wieso bin ich so komisch? Langsam. Okay, jetzt kommt der Radieschen-Blaster. Wow! Ja! Ja! Ich hab's geschlagen. High five! Nice. Ja, gut. Du packst die Liste. Ich würde sagen, war's das mit dieser Folge von Minecraft-Wolf und Flo, dem Grafik-Fehler-Slash-Schwarzmarkt-Händler. Ja. Okay. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.